Hallo zusammen, ich bin der Nick. Und ich bin der Robin. Wir machen beide Lehre als Baumaschinenmechaniker bei der Firma Wohler-Bertschinger. Und wir stellen euch heute unseren Betrieb und unseren Beruf vor. Kommen doch mit! Ich habe mich für den Beruf Baumaschinenmechaniker entschieden, weil ich die Vielseitigkeit im Beruf mega spannend gefunden habe und das Interesse an der Technik sehr gross ist und ich sehr gerne handwerklich arbeiten kann. Die Vorteile einer Lehre beim Wohler-Bertschinger sind, dass du schon früh selbst eigentlich arbeiten kannst, dass du eine grundlegende Einführung hast in die verschiedenen Tätigkeitsbereiche der Baumaschinenmechaniker und dass du in die verschiedenen Abteilungen des Unternehmens siehst. Ich habe mich für den Beruf Baumaschinenmechaniker entschieden, weil ich viel Interesse an den Funktionen und an den Techniken der Maschinen und Motor hatte. Ich habe mich für die Firma Wohler-Bertschinger entschieden, weil ich beim Schnupperen ein sehr gutes Arbeitsklima entfunden habe. Die Leute waren sehr freundlich und wenn ich eine Frage habe, ist es mir sehr gut erklärt worden. Wenn du die Lehre als Baumaschinenmechaniker machen möchtest, dann musst du handwerkliches Geschick, technisches Verständnis und Selbstständigkeit mitbringen. Nach der Lehre kannst du dich weiterbilden auf dem Beruf als Diagnostiker oder nachher als Werkstattmeister. Oder kannst du in die richtige Maschinentechnik gehen und dich auf die Konstruktion spezialisieren. Der Baumaschinenmechaniker bietet auch eine gute Grundlage zur Weiterbildung auf anderen technischen Berufen, die mit dem Mechaniker verwandt sind. Wenn euch dieser kleine Einblick zum Alltag des Baumaschinenmechaniker gefallen hat und ihr den vielseitigen Beruf gerne lernen wollt, dann bewerbt euch beim Wohler-Bertschinger.